Was geht ab meine Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video und damit auch ein frohes neues Jahr nochmal an alle. Gestern habe ich es leider nicht geschafft, ein Video zu machen. Heute bin ich wieder einigermaßen fit. Ich hoffe, ihr seid auch alle gut ins Jahr reingestartet und wie soll man besser rein starten, als wenn Bitcoin kurz vor der 46.000 US-Dollar-Marke steht. Wir sind ja gestern schon ein bisschen nach oben hingepumpt. Wir haben jetzt ein schönes Breakout aus unserem Ascending Triangle gesehen. Nein, das Volumen ist sehr, sehr hoch, denn es gibt Gerüchte darum, dass möglicherweise heute oder sogar morgen schon der Bitcoin-ETF kommen soll. Wie wir uns das positionieren können, ob wir eventuell hier sogar noch einen Short irgendwo reinplanen, das werden wir uns auf jeden Fall im heutigen Update-Video nochmal ein bisschen genauer angucken. Wir werden natürlich auch nochmal ganz kurz auf Ethereum und auch natürlich auf unseren Gold-Trade einen Blick werfen. Bevor wir jedoch starten, lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk- und Signalgruppe reinschauen. Wenn ihr Bock auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Den Link dazu findet ihr kostenlos unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr das Ganze traden wollt, kann ich euch nur meine Partnerbörse BingX empfehlen. Dort könnt ihr Krypto, Stocks und Forex traden. So, jetzt gehen wir aber rein in die Analyse. Wie gesagt, Bitcoin Moment haben bei knapp 46.000 US-Dollar. Wir haben ein neues Jahreshoch. Wenn wir jetzt mal von 2023 ausgehen, haben wir auch da ein neues Jahreshoch erreicht. Wir haben ein schönes Breakout aus unserem Ascending Triangle gesehen, vor allem auch mit sehr, sehr viel Volumenunterstützung. Im letzten Video, ich glaube, das war am Samstag, haben wir nochmal drüber gesprochen, dass wir hier in diesem Bereich, ich zeichne es nochmal ganz kurz ein, das war dieser Bereich hier, zumindest kurzfristigen Widerstand erleben sollten. Das wäre die Short-Möglichkeit gewesen. Wurde auch hier perfekt abgeholt. Es ging dann sogar noch runter bis auf 42k. Also die Position sollte dann auch auf Break-Even dann ausgestoppt worden sein. Und dann ins neue Jahr ging es dann mit einem großen Pump nach oben hin. Wie gesagt, wir waren jetzt in der Spitze bei knapp 46.000 US-Dollar und unser technisches Preisziel, wenn wir jetzt nach diesem Ascending Triangle gehen, liegt weiterhin hier oben zwischen 48.000 und 50.000 US-Dollar. Ich habe schon dazu gesagt, es gibt derzeit ein bisschen die Gerüchte, dass möglicherweise wieder ein Sport-ETF genehmigt werden sollte. Oder, das heißt wieder, es soll diese Woche dieser genehmigt werden. BlackRock hat die Gerüchte ein bisschen angeheizt. Die anderen ETF-Antragsteller haben es auch ein bisschen angeheizt auf Twitter etc. pp. Alles schön und gut und darauf warten wir auch die ganze Zeit so möglicherweise. Und das ist jetzt eben so dieses kleine Negative, was man hier ehrlicherweise immer noch sagen muss. Also ich gehe immer noch von der Korrektur aus. Daran wird sich auch erst einmal nichts ändern. Darauf wetten würde ich jetzt aber langsam auch nicht mehr. Was man dazu sagen muss, einerseits, wir haben auf, jetzt wollte ich auch hier auf den Daily-Timeframe, momentan eine kleine Bearish Divergence. Da müssen wir jetzt mal gucken, wie schließt der heutige Tag um 14.30 Uhr machen die Amis wieder auf, also das heißt die US-amerikanischen Börsen. Wie sieht es dort aus im neuen Jahr? Wir haben einen radikalen Zinsanstieg, habe ich vorhin auf Twitter, ich hatte euch das gerne mal ganz gezeigt, aber irgendwie geht Twitter hier derzeit nicht auf meinem Laptop. Dass wir komischerweise ein bisschen Zinsanstiege haben in den USA, also eher so ein bisschen pessimistischere Vorzeichen. Und ja, da müssen wir jetzt mal ein bisschen drauf achten, wie jetzt so im Laufe des Tages sich das verhält. Grundsätzlich haben wir auf jeden Fall, wie gesagt, Luft bis 48 oder sogar 51.000 US-Dollar. Und jetzt kommt das zweite Negative, was deutlich nach oben hingeschossen ist und das sind die Funding-Rates. Und das, obwohl jetzt die letzten Tage eigentlich keine Handelstage waren, sehen wir hier mittlerweile extrem hohes Funding. Bei BitMEX waren wir schon an der 0,1% Marke, das ist sehr, sehr hoch. Wie gesagt, im Bullrun, in dem richtigen Bullrun ist zwischen 0,3 und 0,4% normal. Aber auch diese Fundings, die wir jetzt derzeit haben, fressen auch schon eure Trades auf. Also seid hier wirklich vorsichtig. Auch BingX hat momentan 0,05. Alle acht Stunden werden die fällig. Also ihr müsst dann auch überlegen, nehme ich jetzt Profite, lasse ich den Trade weiterhin laufen. Irgendwann fressen euch die Funding-Fees einfach auf und dann lohnt es sich gar nicht mehr, diesen Trade aufzulassen. Das sind ganz, ganz wichtige Infos. Da immer mal einen Blick drauf werfen. Das heißt aber auch natürlich, dass vor allem jetzt in diesem Zeitraum jetzt hier, ich sage jetzt mal, alles so zwischen 42.000 und eben jetzt die 43.000, 44.000, da ist sehr, sehr viel Kapital reingeflossen. Wenn wir uns jetzt mal die Vector Candles noch gleich dazu anschauen, wenn sie dann aufgehen, hoffe ich zumindest mal. Okay, geht nicht auf. Geht es auf einen 1-Stunden-Timeframe? Nö, geht auch nicht. Vielleicht aktuelle ich es einfach mal ganz kurz. Ja, Zwecks Vector Candles wollte ich jetzt einfach mal ganz kurz zeigen, ob wir da welche drin haben, die möglicherweise im Laufe des Tages noch gefüllt werden könnten. So, jetzt geht es aber manchmal, ich verstehe manchmal Trading für nicht. Auf jeden Fall. So, ihr seht es jetzt auch hier, bis ungefähr 42.300 US-Dollar. Dort haben die Vector Candles angefangen. Also ordentlich was drinnen. Wir schauen uns das Ganze jetzt nochmal auf einen 1-Stunden-Timeframe an von den Positionen. Ist immer nochmal ein bisschen interessanter. Dann haben wir im Endeffekt das allergleiche Spiel, 43.000 hier. Da fangen die Vector Candles an. Daily Open liegt hier ungefähr bei 44.200 US-Dollar. Das könnte dann auch der Retest unseres Ascending Triangles werden. Ansonsten machen wir das mal wieder ganz kurz aus und ziehen uns nochmal ganz kurz das Fit-Level von unserem, sag ich jetzt mal, Tief, bevor der Pump angefangen hat bis zum jetzigen. Und da je nachher wären sogar nochmal 43.600 US-Dollar drin. Also das würde ich sogar noch ein bisschen bullischer einsehen, wenn wir sogar hier ins Golden Pocket reinkommen. Hat einfach den Aspekt, weil wir hier in dieser Vergangenheit, wenn wir jetzt einfach mal so die Linie so rüberziehen, in diesem Preissegment extrem viel Support, aber auch extrem viel Widerstand hatten. Also diese Preisbereiche waren extrem entscheidend. Deswegen würde mich nochmal so ein Dump im Laufe des Tages möglicherweise nicht mehr so verunsichern, sondern eher als potenzielle Long Shots gesehen werden. Ansonsten sind wir weiterhin, bis der ETF dann genehmigt ist, meiner Meinung nach absolut bullisch unterwegs. Korrektur wird früher oder später kommen. Das wird aber auch dann meiner Meinung nach einfach die letzte sein. Die letzte Möglichkeit, um hier nochmal in den Markt reinzukommen. Da müssen wir jetzt dann erstmal nochmal ein bisschen abwarten. Ansonsten Ethereum macht Bitcoin gleich, beziehungsweise hat noch nicht ganz ein neues Hoch erreicht. Aber auch hier, wer sich noch an das Video von letzter Woche erinnern kann, wir sind perfekt hier am Golden Pocket wieder Support gefunden. Und jetzt erstmal nach oben, auch hier gilt es jetzt dann, wie schließen wir den Tag ab. Kriegen wir ein höheres Hoch, kriegen wir nur ein höheres Hoch mit einem Wig und werden dann wieder abverkauft. Das sind so die Sachen, auf die wir heute nochmal ein bisschen darauf achten sollten, weil ansonsten ist die Doppeltop-Gefahr weiterhin sehr, sehr hoch. Und außerdem hätten wir dann auch hier die Bearish Divergence. Volumentechnisch gefällt mir das alles sehr, sehr gut, jeweils bei Bitcoin und bei Ethereum. Beides sehr, sehr bullisch unterwegs. Die Swing-Position, die wir übrigens hier bei Bitcoin noch offen haben, werde ich jetzt mal ganz, ganz genau im Blick behalten. Weil die Position, einerseits habe ich gerade gesagt, Funding ist extrem hoch, die Position ist mittlerweile 60% im Plus. Also man muss hier schon extrem aufpassen, meiner Meinung nach. Also da werde ich euch auf jeden Fall nochmal ein bisschen auf dem Laufenden halten. Ansonsten, wie gesagt, Ethereum, Doppeltop-mäßig, müssen wir mal ein bisschen darauf achten. Sollten wir hier ein höheres Hoch reinkriegen, schließen wir darüber, haben wir auch hier erstmal Luft nochmal bis locker 2700 US-Dollar. Gehen wir rüber zu Gold. Hier müssen wir jetzt ein bisschen vorsichtiger sein, nachdem unser Trade hier kurzfristig 1,3% im Plus war, sind wir hier jetzt schon wieder nur noch weniger. Aber wie gesagt, wir haben hier sowieso kein Risiko. Long-Position läuft 10%, haben wir hier Bidreiz rausgenommen und der Stop-Loss liegt auf Entry. Das heißt, sollten wir hier ausgestoppt werden, werde ich hier auch erstmal keine neue Position erst einmal eröffnen. Ansonsten, um nochmal so einen kurven Marktausblick zu geben, DAX ist am Pumpen, natürlich Neujahrsstart, S&P 500, Nasdaq, darauf wird es heute ankommen, wie im Endeffekt zu dieser Tag hier startet. Aber ich bin hier immer noch sehr, sehr vorsichtig unterwegs und würde das ganze Ding erst einmal nicht shorten. Jetzt gerne mal eure Meinung reinschreiben, was haltet ihr von der ganzen Situation? Sagt ihr, okay, wir pumpen jetzt weiter oder wir werden einen nächsten Crash sehen? Schreibt es gerne mal in die Kommentare rein und wie ihr mit euren Positionen jetzt aufgrund dieses Fundings derzeit umgeht. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, nochmal ein schön neues Jahr oder einen guten Rutsch gehabt zu haben. Und ansonsten hoffe ich, dass alle eure Ziele in Erfüllung gehen. Macht es euch bequem, erreicht eure Ziele und ansonsten keine Ahnung, was ich hier für eine Scheiße gerade labere. Ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. Habt einen klaren Kopf, wünsche euch ein gutes neues Jahr und wir hören uns dann wahrscheinlich morgen wieder. Bis dahin, ciao, ciao und wie immer, stay crypto.